Jo Leute und willkommen zu einem weiteren Video und ein bisschen was anderes und zwar habe ich gestern Abend mit ein paar Zuschauern und zwar haben wir da Warzone gespielt und haben sogar die erste Runde gewonnen und also die haben mich eingeladen und ich fand das eigentlich gar nicht mehr so schlecht, habe ich es sogar aufgenommen und ja, ihr könnt es sogar ansehen und wir sehen uns, also wir sehen uns. Viel Spaß beim Ansehen. Ich bin gut an diesem Spiel, weil es Fortnite sehr viele Spiele. Ah, hier stehen chinesische Griften, perfekt doch. Ja, 10.000 Kilometer. Da hinten wollen wir, okay. Okay, let's go. Ja, das schaffen wir. Für Fortnite! Für Fortnite! Was denn? Schön hier. Gut, dass ich euch beigetreten bin. Ja, da hast du recht. Ich habe gestern ein Stream Deck bekommen und da kann ich jetzt alles drauf einrichten. Ja, ich sollte das auch machen. Das ist ja voll geil. Mr. Luke, du solltest mit Auto fahren. Nee, nee. Auto ist nicht so schnell in dem Spiel. Ach so. Also wenn ich Fortnite spiele, bekomme ich nur Bots und das ist kein Scherz. Ach. Ja, ja, ging mir beim ersten Mal auch so. Ich glaube, wenn du... Mit uns? Also mit... Ich bin bestimmt der Beste von uns. Das könnte ich mir auch denken. Aber ich spiele halt so gut wie gar keinen Fortnite so, weil mich das halt auch nicht mehr interessiert. Ich spiele jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber schon richtig oft eigentlich. Ich gehe zur Kiste. Also ich kenne einen Kumpel, der spielt Liga täglich. Ach so, ja. Kenn ich, kenn ich. So eine... Diese World Cup Liga oder was? Nee, einfach nur so... Nee, nicht Liga. Ach, jetzt habe ich das falsch gesagt. Ranked. Battle Royale. Battle Royale Ranked. Ja, okay. Ich habe Kiste geöffnet. Ich habe die Kiste geöffnet. Ich habe den größten Schrott bekommen. Nur hier MCW. Ich habe schon eine goldene Waffe, also volle. Nur halt mit anderem Beton. Wir haben ja jetzt schon genügend Geld für Loadout. Loadout. Ja. Ey, die Kiste wurde schon aufgemacht. Was ist das? Ach, ich habe genügend. Warte mal. Stimmt. Kann ich ja für euch kaufen. Ja, wurde aufgemacht. Digga, es kostet einfach noch mehr als 10.000. Ich brauche 1.500. Könnt ihr mir ein bisschen Geld geben? Ja. Danke. Ich glaube, das müsste reichen. Wartet. Nee, reicht doch nicht. Warte, ich habe noch 8.000. Jetzt. So. Ja. Ich kann ja dafür nichts. Ich wollte noch die letzte Kiste aufmachen. Habe ich auch gemacht. Die letzte Kiste konnte ich nicht aufmachen. Die war nämlich schon offen. Hallo. Kann ich das auch nehmen? Ich nehme ein Loadout. Ich nehme ein Loadout. Also die Takt. Was denkst du? Ja, ich sollte kommen und dann denkt ihr, ich bin Gegner. Perfekt. Ja, da. Ich habe sehr viel Beweis, bitte. Nicht abschießen. Das bringt nicht viel. Ja, ist so. Das ist nur Munitionverschwendung. Das ist Munitionverschwendung. Ich habe ihn getroffen. 2 Mal. Ja, wow. 2 Mal. Von 100 Schissen oder was? Ja, perfekt. 2 Mal von 100 ist ja perfekt. Ein Brecher. Kann ich hier noch irgendwas? Ach man, wieso ist jetzt die Kasse? Kann der nicht mal landen? Ja. Da hinten sind welche. Ja, gut. Es war los von mir, direkt einfach die Drohne einzusetzen. Kann ich noch mal Geld haben? Dann kann ich noch mal eine Drohne kaufen. Ach, so kann ich schon. Kai, kann ich noch mal ein bisschen Geld haben? Ich brauche Geld für Drohne. Ach so, Kai hat kein Geld. Ja, was macht dieser Helikopter die ganze Zeit? Weiß das auch nicht. Ja, okay. Genau, einer fliegt für Sicherheit hoch. Womit? Ich springe oben drüber. Ach so, perfekt. Wenn ich... Ach, ich würde zuerst. Ja, dann kommen wir auch. Ergibt jetzt keinen Sinn, wenn 2 gehen, aber den letzten nicht. Oder überspringen? Ich habe es gerade nicht hinbekommen. Wollt, ich glaube hier ist safe, wo wir sind. Oh! Ja. PdSW. Pd... Ach ne, PdS heißt es. PdS-Datei. Ne, es ist dieses Teil, was man im Gas benutzt und dann... Ach so. Ja, ja, ja. Ähm, ist man da immun. Ey. Ey, Mr. Locke, ich hab... Ich geh einfach in das mittlere. Keine Ahnung, ich such einfach Gegner. Ach so. Ja, okay, dann komm ich mit. Da ist ne Zip, da kannst du immer so drauf gehen. Na, geh, 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 geh. Ja, endlich. Nach 10 Jahren hab ich's geschafft. Ist hier so drastisch? Als ob hier... Hier ist keiner. Als ob hier keiner ist. Das ist... Das ist doch immer hier der Main-Ort. Ne, ich hab grad, ähm... Ne, ich hab ja grad dieses Drohnen-Teil hier herangemacht. Und das zeigt ja eigentlich immer... Jetzt hab ich denn jemand... Äh... Ach, wie heißt denn der Name nochmal von dem Teil? Okay. Ich weiß auch nicht, hier das Ding... Radar wahrscheinlich einfach nur. Radar irgendwas. Tragbar ist Radar, jetzt hab ich's. Ach so, okay. Wo ist... Hast du's platziert? Äh, das ist eh schon weg. Ach so. Hab einen bekommen. Kann ich 1.000 Euro haben? Dann landet wieder einer. Ja. Ja, okay. Hätte ich Kronel kaufen können. Ach, Digga, nur ein Assist. Redbrake. Scheiße. Komm runter, komm. Ich bin auch tot. Kann mich jemand wiederholen? Dann brauch ich nicht mehr. Danke. Habt der da immer noch? Niemand gesehen. Äh, da hinten. Dein ist der Gott lauf. Cool, ja. Was ist denn das jetzt? Ja, wahrscheinlich hier drinnen. Ja. Ja, die verschanzen sich da alle drinnen. Ja. Eckerhaft. Ich bin tot. Geht da nicht hin. Das ist zu gefährlich. Ich bin im Gulag. Ich bin im Gulag. Ich hab lecker Gulag gegessen. Jetzt muss ich das hinkriegen. Ja, Pumpgun. Ist gut. MP und Pumpgun. Alles rein. Alles bombardieren. Au, au. Ja, und mich selbst treffen. Geil. Ha, 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 ha. Jesus, ich komme. Oh, Gott. Nein, warum muss ich immer gegen die halbe Liga kämpfen? Ich wollt Drohne kaufen. Nein, das liegt hier nicht. Das liegt doch da, hab ich doch gesagt. Ach, Digga, warum hab ich jetzt... Da liegt mein Luz. Warum hab ich jetzt C4? Ach, ja. Ach, ja. Die sind da oben, am Fenster. Ich bin tot. Oben am Fenster. Passt auf. Ey, können wir nicht von hinten irgendwie kommen oder so? Oder von oben, eher gesagt. Na, ich bin wieder da. Ich bleib ganz halt hier oben. Es ist ja so ekehafter, wie sie sich da alle vercampen. Ja, stimmt eigentlich. Ich könne mir das nicht. Die vercampen sich eigentlich wirklich nur. Ey, man kann nicht mal, man kann nicht mal von oben machen. Nee, ich glaub nicht. Nee, nee, nee. Das geht ja nicht mal von oben. Weil irgendwann müssen die ja raus. Ah, einer ist glaube ich rausgerannt, oder? Ja. Einer hab ich. Einer hab ich. Den zweiten. Jawoll, sie wollten schön rausgehen. Schwerst Granate rein. Oh, ich hab verkackt. Die zweite hab ich auch verkackt. Ich hab's für dich gemacht. Ich stell mich einfach hier so an der Seite. Ich seh keinen. Nein. Da liegt einer auf dem Boden, aber der ist tot. Ja. Ja, der ist. Einer ist da nur noch drinnen. Digger. Wie random war jetzt diese Mine? Die war von der Mine getroffen. Äh, komm. Ja, wir konnten dich nicht wiederholen. Ich geh schon mal hier zum Lodi, damit ich meinen Loadout hab. Jo. So. Es war grad so knapp. Bin wirklich fast gestorben. Ich hab wirklich gar nicht mitbekommen, dass... Ja, das... Das Loadout buggt richtig krass. Tja. Hat es gerade das Auto weggeschoben? Äh, da ist einer oben. Ich kann mit meiner Waffe halt kaum weit schießen. Slow. Raubgranaten. Eine gebrochen. Ja, hier ist einer. Ich nehm mir kurz Platten. Ja, sehr gut. Master Strike. Habe ein. Zwei Platten weg. Ich seh gar keinen. Ich seh... Ah, hier. Vorne. Alter, der muss doch tot sein. Ja, danke. Reihe aus später. Da liegt Geld. Oh, Semtex. Ah, hier liegt Semtex. Da, da drüben. Ich hab äh, ich hab Drohne. Soll ich machen? Schon, hörst aus. Ich hab Drohne gekauft. Soll ich die Drohne machen? Ja. Ja, ich mach die Drohne. Ja. Ja, da drinnen ist es welche. Ja, ich geh mit pushen. Digger! Hier ein ganzes Squad da drinnen. Ja, Junge. Geht da weg. Das ist ja... Und ich bin tot. Und nach... Ja, da sind zwei. Einen hab ich unten. Hast du... Ja. Gut. Einer nur noch. Oh! Sind das viele. Oh, hier gleich hier dieses PDS-Teil benutzen. Oh, vor mir! Vor mir! Da, der. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Das ist gar keine Chance. Hast du ihn? Ja. Ich hab ihn. Okay, es war doch nicht... Es war doch nicht... Es war doch... Es war doch nicht die letzte. Schaffst du's da mit Rauch hin? Dann kannst du uns einkaufen. Mach ich. Wirf da Rauch halt. Die schießen da rein. Wirf hier Rauch hin. Ja, die sind dort. Oh, ne. Das ist blöd. Ah, schnell. Einfach schnell. Drück, 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 drück. Hab zwei. Hab zwei. Hab zwei eingekauft. Oh mein Gott. Da ist aber ein Trio. Da ist ein Trio. Die können... Die können sie sehr schnell... ... noch von oben feuern. Ja, also hoffentlich... Ich hab getan, was ich konnte. Schießen sie jetzt nicht vom Himmel. Ich hab getan, was ich konnte. Wo sind die? Hier bei, Heiko? Hier oben? Heiko, du hast genug Geld. Ja! 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 Heiko! Erste Runde! Oh Junde, ey. Weil ich euch... Weil ich euch doch einkaufen konnte. Geh nochmal Highlights. Ich hab richtig... Ey, ich hab richtig schnell gemacht. Alter. Ich hab richtig schnell eingekauft. Ey, wollt ihr was wissen? Ja? Ich hab alles gefilmt. Also... Geil, Alter. Passt einfach grad übelst. Oh mein Gott. Wirklich GG an alle. GG, auf jeden. Oh, ich hab mich so erschrocken. Oh. So, am M&M nochmal gesagt. Ich selber war jetzt nicht so gut. Habt ihr gesehen bei meinem Gameplay. Aber die Verteidigung, es war mitten in der Nacht, also fast 0 Uhr. Dann haben wir ja bis 0 Uhr noch gespielt. Ja, aber ich fand immer noch diese Runde toll. Es war auch die erste Runde, die wir gespielt haben. Und ja, direkt so einen Sieg reinzubringen ist schön. Und wirklich nochmal Danke an alle, die mich eingeladen haben. Weil ich hab selber nicht gesagt, jetzt komm, wir spielen mal ne Runde. Sondern die haben mich eingeladen. Also, danke nochmal an alle, die mich da eingeladen haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.